schön 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 es hat mich jetzt komplett aus der bahn geworfen was wollte ich jetzt machen ich weiß nicht wir waren wir warten auf jeden fall auf dufte das und ich dachte eigentlich dass wer mir auch noch ins discord reinkommt ich glaube er ist im falschen dingen chat drin ja also ich habe 98 von megabyte von 98 megabyte runtergeladen an patch und wir müssen jetzt alle unsere hüte abnehmen es kommt der rip sound bei mir bei mir gibt es ein sound alert das ist dieses für amerika teilweise wenn man wenn jemand stirbt oder wenn jemand verloren habt dann kommt dieser sound dieses ich kann es nicht nachmachen aber das ist halt dieses wo man die hüte abnimmt und na so ein todes sound der rip sound kennt denn keiner man kann ich weinen vielleicht sind wir sie ist von der seite vielleicht sind wir einfach zu alt dafür nein seid ihr nicht das ist älter als ich selber das gab schon bei dem nord und den südstaaten okay dann auch wenn man auch wenn ich mir jetzt keine freunde mache vielleicht liegt ist es auch umgekehrt warum knacken wir 29 da kann ich mich nicht beklagen so wer bär und ich bin geändert bei tageslicht ich lebe damit so ich brauche auf jeden fall noch ein bisschen ja alles gut alles gut aber du kannst auch schon mal den den werber zum spiel einladen oder nicht ja weil ihr tipps nicht kennt wartet mal hier das hier ist es das was sie bei den bei den beerdigungen spielen damit sie genau das kennt man ja ja unglaublich ja das kennen wir doch dafür ist frisch wie extra wieder zurückgekommen ja da muss sie zurückkommen das geht doch nicht dass ihr das nicht kennt doch naja das ist so ein bisschen groß ja wenn man stirbt rest in peace das lied genau ja frisch das lag im betten war so so ich führe etwas ich muss nochmal zurück ja weil das ding barbier das ich kannte da musste ich einfach zurückkommen ne so habe ich das richtig ausgesprochen wie barbier ne meinetwegen auch so ich kenne sie anders als dass man mit dem namen falsch ausspricht alle namen wie spricht man dich denn aus es ist eigentlich werbier und ich muss mal gucken ob es mit ae geht mit ea mit ee und ich ich deswegen ist es immer anders dann habe ich dich für jetzt ja richtig ausgesprochen meine ich meine ich hoffe ich also manchmal also manchmal nennt man mich übrigens auch brisco schneider schnucki schnucki weißt du eigentlich dass du ins bett musst und mir eibig hier unten noch gute nacht sagen wolltest ja ihr kennt ja tapps nicht das musste ich nochmal zeigen hey frischi wenn bist du das nächste mal dabei da kann ich ein trinkspiel draus machen alter wie geil ist das denn so jedes mal wenn der daria sagt ey schnucki du musst morgen arbeiten du musst ins bett einfach mal eintrinken ja meine nachbarn die haben auch ein trinkspiel aus mir gemacht weil also aus mir das genau ne aber jedes mal jedes mal wenn ich mit denen einen getrunken hab hab ich gesagt Leute ich kann heute nicht so viel trinken ich muss noch arbeiten das war egal welche Uhrzeit und welcher Tag das kann auch Sonntag um 20 Uhr gewesen sein ich hab gesagt Leute ich muss noch arbeiten einfach weil ich nicht mittrinken wollte na gut eigentlich wollte ich mittrinken aber ich wollte nicht mittrinken weil ich nicht mittrinken wollte weil ich mittrinken wollte ja logisch das macht ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn ihr trinken wollt aber nicht trinken wollt und dann doch spielen drücken gut ich lasse euch jetzt alleine spielt mal ne Runde und du sagst doch gute Nacht schlafft gut ihr seid ja immer noch in der Lobby sag mal da ist ja noch keiner beigetreten das ist der Lobby Simulator das ist der Lobby Simulator noch lachen wir ich würde den Werb ja auch gerne einladen ich weiß auch noch nicht wie da ich den nicht bei Steam habe ist das ein bisschen wenn der Dufte gleich drin ist kannst du den einladen und der kann ja mich dann einladen dann geht das euch um einfach ansonsten ne Einladekette das ist ja fast wie eine Telefonkette in der Schule ich bring dir morgen Kuchen zur Arbeit ich hoffe du machst mir dann auch einen verdammt was was habe ich verpasst warum morgen Kuchen ich hatte Bock einen Kuchen zu backen deswegen habe ich Kuchen da sag mal nach Langhagen fährst du auch oder Werbeer ist ein Stück aus Braunschweig aber ja drauf geschissen bist du Fußballfan das ist ein kleines Mann in Langhagen also tatsächlich könnte ich den auch gleich besuchen auf dem Weg also ja geil das ist eine Falle das ist meine Firma das ist eine Falle es glaubt und 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 wer kommt in Winsen aller vorbei und bringt mir einen Kuchen deine Mutter meine Mutter hat kein Auto also Punkt ja das soll sie sich eins kaufen ich liebe diese Antwort halt einfach so von wegen so so was können Obstautose dagegen tun dass die Obstautose können sie sich ein Haus kaufen sag mal Schnuggi Schnuggi willst du wirklich dass meine Mutter auf die offene Straße gelassen wird ich glaube nicht die arme Straße die armen Menschen die dabei drauf gehen würden scheiße auf die Menschen denkt irgendjemand mal an die Straßen ja okay okay ja ich hab ja ich hab's verstanden ja gut hier kommt auch noch irgendein irgendein ja du kriegst mein Erstgeborenes Schatz wir müssen unser Erstgeborenes an die Leute in der Daylight verschieben das Erstgeborene wird geopfert also also ich bin so Diggi also Schatz ich bin weiter dann mit dem Gerber ja guck mal dufter Typ Schatz ich ging jetzt macht's gut tschüss tschüss tschau ach ja stimmt ja ich spiele Harry Potter Harry Potter nee warte mal der hat eine Harry Potter und ein Stein achso Moment das kann ich ändern das kann ich ändern stimmt das ist Hoffelpof das ist Hoffelpof Slytherin war er ja ja Slytherin kann's auch sein Slytherin Ravenclaw 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 ja das ist mega mega scheiße Ravenclaw das brennt richtig in den Augen das passt doch super zu Harry er ist kein der Bullshitter der Bullshitter Bullshitter so bis dann mach's gut tschau 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 die Bullshitter die Bullshitter er gehört jetzt zu den Bullshitter ich hab ungelogen statt einem F ein T gelesen so was hab ich mir sonst noch schönes kann ich hab ich irgendwas womit er du hast ganz viele Punkte glaube ich ja ich hab ganz viele Punkte die kann ich mal ausgeben achso muss ich gedrückt halten tja oh krass Level 2 hab ich jetzt mehr Lebenspunkte sowas wie Lebenspunkte gibt es leider nicht ach man aber du kannst ja dafür bessere äh äh Items und und so weiter holen oder mehr Items ich will kein Plunder ich will was nützliches ich will was nützliches oh ist ja das richtige für eine Flohmarkt so ein Plunder in das T-Zoot nein das kauf ich nicht das Pätschen hi na hast du dein T-Shirt umgezogen? jo ich wollte grad sagen das ist alles du aber nicht den ganzen Tag an so muss auf ready drücken ich bin ja schlau ich bin ja schlau ja stimmt oh Gott im wievielten Monat bist du denn? lass dir Zeit Harry lass dir Zeit im Zwölften ja du bist aber wirklich ein Elefant schlapp schon mal schatz jo ich auch ich liebe dich jo ich mich auch oh war das süß ich muss mich erstmal ausloggen und kotzen ich glaube ey Daria spielt hier irgendwie so eine ziemlich abgebrackte Hermine boah schatz boah konnte einer Deo oder irgendwo irgendwas irgendwas zum Lücken hier boah der hat geputzt ich empfehle Streichhölte ja ich auch ich boah wo in den Nachrichten irgend so ein Haus da explodiert oh scheiße ich liebe dich auch bis morgen wurscht nimm mich jetzt auch wenn ich stehe ja sonst sag ich winke winke genau sonst sag ich winke winke und putz bei und dann singt es auch noch ja sehr gut was kommt da aus dem auf dann singt es auch oh wir haben einen Killer ich glaube ich 2 yeah wer kann die Dempfe hier bitte mal abstellen oh super boah stinkt das hier Ich muss immer noch Ready drücken. Komm ich an mein D hoch an? Ich dachte immer, Bio-Waffen sind nicht erlaubt. Boah, du bist ja immer noch nicht weg. Sag mal, stehst du das aus dem Laust, oder was? Sag mal nach. Steht natürlich. Roche. Also, wenn er weggeht mit den Worten Au, bebag, dann kommt er in der Regel wieder. Stimmt. Man riecht sich halt immer zweimal im Leben. Boah, man riecht sich sogar nicht sechsmal im Leben. Boah. Alter, hat das gestunken. Ich weiß nicht, was das für, ob so wirklich ein Rüst oder ein Furt war. Boah. Hui. Also, das sollte man eigentlich unterscheiden können. Nein, nein. Nein, das war so still. Das war so still und so gefährlich. Das war tödlich. So still und gefährlich und tödlich, ey. Das ist ja nur noch diese weiße Highmusik, wenn der gut gefällt. Ja, wirklich. Oh, cool, Geburtstagstorte. Endlich mal was nützliches. Endlich. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen. Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. Und was sagst du, Grünmonster? Ich will aber Kekse. Kekse. Ach, sehr gut. Ist ja noch der Ladescreen, dann kann ich mal ganz kurz vor die Tür gehen. Kriegst du schon wieder ein Paket? Ihr nicht? Nee. Würft dir der Hermesbrote auch auf den Balkon? Was? Würft dir der Hermesbrote die Pakete jetzt wieder mal auch auf den Balkon? Wenn er sie überhaupt vorbeibringt, ja. Ja, gut. Bei uns wirft er sie einfach auf den Rasen. Mein Hermesbrote weiß nicht mal, dass ich einen Balkon habe. Das ist aber auch bitter. Das ist dein neues Zuhause. Oh nein, ich probiere das. Das ist auf deinem Ernst. Muss dieser Lurk jetzt sein? Ah. Jetzt rieche ich auf jeden Fall auf den Kopf. Oh, oh. Ich höre was. Es ist mein Herz. Der Wolf. Das Lamm. Ich höre den Killer. 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 Der macht keine alten Sachen. Der macht länger. Oh, shit. Das ist ein Fleischerhaken. Ich glaube, ich sollte die mal weg. Der ist irgendwo in meiner Nähe. Der tut Dinge. Ich versuche, ihn nur wegzulaufen. Lenk ihn ab. Das war aber knapp. Ich bin dabei. Ich mache den richtigen Harry. Das war aber knapp. Verdamt. Wie machst du das? Weiter so. Ja, aber gern geschehen. Ich komme mal zu dir da rüber. So, ich laufe mal vor euch weg, ne? Weil bei euch ist ja der Killer. Ich bin auf dem Dach oben. Ach so. Ich sehe, wie er dich aufhängt. Ah, okay. Ja, gut. Wie eine schöne Meckwurst. Oh, krass. Feuerwerk. Moment. Ach so, ich bin ja doch nicht tot. Oh, scheiße. Diggi, ist da irgendwo der Killer bei euch? Der ist beim Haken noch. Nö, der läuft gerade eben. Ich glaube, der läuft Diggi hinterher. Okay, weil ich hocke hier hinter am Gebüsch. So, jetzt muss ich mal hier die Power-Taste drücken. Okay, warte, warte, warte. Ich mute mich mal. Wenn was ist, ruft mich einfach. Oh, da ist er ja direkt. Ist das mies. Oh, das ist der Doktor. Leg mich. Leg mich. Ich bin tot. Das ging jetzt aber flog bei dir. Nody. Nody, weg da. Hau ab, du Kleiner. Und ich verbrauch mal den letzten Kloppen. Wo ist er denn? So, ich muss mal sagen, ein Spektator-Modus. Wie bist du denn? Ich bin keinem. Ach, Werbär. Hallo, Werbär. Warum hat sich denn jetzt schon zerlegt nach einer Runde? Ich weiß es nicht. Ich habe Space gehämmert wie ein Bekloppt da. Und auf einmal hat das Ding Peaks gemacht und mich umgelacht. Diggi, ist da jemand bei dir? Das ist bei mir gerade. Ah, okay, gut. Dann kann ich Diggi kurz helfen. Ich sehe nicht. Ist das vielleicht mit dem Update jetzt gekommen, dass das jetzt eben verkürzt wurde diese Zeit? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Wow, lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, lauf. Nein, warum springst du da nicht rüber, du Kleine? Oh, das hat mich getötet. Hast du gerade eigentlich versucht, vom Haken zu entkommen oder hast du einfach nur herumgehangen? Nee, ich habe versucht, da zu entkommen. Ich habe die ganze Zeit Space gehämmert, aber trotzdem habe ich dann... Wenn du versuchst, du entkommen, dann verlierst du ganz viel HP. Deswegen am besten erst mal nur rumwäumen. Ja. Ach so. Ja, weil jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, rutscht du ja wieder in diesen Haken quasi tiefer rein. Also. Ah, ich verstehe. Gut, hier ist auch hier mit kein Generator. Ich bin jetzt gerade an dem einen Generator ran, ich mache mich sofort auf den Weg. Äh, ich kann das auch gleich übernehmen. Er kommt zu mir. Er ist bei mir. Er will zu mir hoch. Er will mich schocken. Dann kann ich kurz auf Rettungsmission hier gehen. Ja, er ist bei mir hier oben. Äh, so wie. Er hat meinen Generator. Ja. Danke. Hier, renn erst mal. Ich habe immer noch Herzschlag, aber ich sehe ihn nicht. Ich würde hier gerne heilen, aber ich darf ja nicht. Ich heil mich gerade. Ich heil mich gerade. Er ist mit der Sicherheit. Er ist wieder bei mir. Ich habe die Projektion gerade gesehen und habe mich voller Schreck, weil die Projektion direkt vor uns stand. Und er damit, der weiß, wo man ist. Ah, da hinten bist du. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nils. Ich will auch Geburtstag haben. Ich weiß nicht, warum, aber ich will Geburtstag haben. Nein. Also ich werde nicht gerne älter, aber gut. Ist der Kerl jetzt hier bei mir, oder? Er ist bei mir, und er hängt auch jetzt auf. Okay. Ja, ich glaube, er kommt zu mir. Ah, der ist, ich sehe dich. Weil ich bin hier nämlich am Generator gerade dran. Also er geht zur Straße. Ich bin in einem komischen Haus hier. In der Nähe von dir. Okay. Yay. Warte, ich komme. Halten sie durch. Ich bin auch in der Nähe. Ja, nice. Dankeschön. Ein Ding, komm mal mit, dann kann ich dich heilen. Gehen wir ins Haus. Ja, gehen wir ins Haus. Oh, da ist er. Oh Gott, der hat mich doch gesehen. Nein, da, ey. Oh, du kleines. Du kleines Singleskind, du. Wer braucht sie so lachen? Ja, nee. Lass mich. Lass mich mal. Ein Ding. Mach oben den Generator mal fertig. Mach das. Ich, äh, wo hat er dich denn? Wo bist du denn? Puff. Hat ja gut geklappt. Ich hab da auch kein Teil drin für. Ich liebe dieses Spiel. Nee, der hat den Perk, dass wenn er den Generator tritt, man wieder rangeht. Nein. Bis man nur so ganz klein mit dem Ton hat. Okay. Ist das bei dir? Nein, gar nicht. Alter, ich bin in den Keller. Keine hilfreiche Antwort. Keine hilfreiche Antwort. Alter, die Ironie müssen es sogar du gespürt haben. Dieser Kasmus. Versteh mich nicht. Das Kavir ist so laut. Hahahaha, ich sag Peter. Und wir hängen und wir hängen und wir hängen hier so rum. Und wir hängen und wir hängen hier so rum. Das ist ja auch nicht so hängen. Yay, Feuerwerk. So, irgendwie lassen wir uns ein bisschen hängen heute. Ich weiß auch nicht warum. Asteck, Feuerwerk. Oh, getroffen. Das ist ein völlig langweiliger Tag, an wo du rumhängen. Ja. Ich weiß, dass den ganzen Tag schien die Sonne, aber trotzdem hänge ich hier nur so rum. Ich weiß auch nicht warum. Hängt das bei dir auf 8? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass ich meine Kategorie an, wo man nicht geändert habe. Und dass der Killer immer noch hinter mir her ist. Weißt du, nimm doch Ziggy. Warum nicht? Hallo, ich hab dir gerade geholfen. Ja, trotzdem. Klatsch, klein. Ja, bei mir, ne? Voll. Wieso hab ich eigentlich das rote Licht? Bei mir ist ein Bug. Hä? 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 Okay. Also den Skill kenne ich von dir noch nicht. So, konntest du dich jetzt mal beruhigen? Warum kreischst du denn immer so? Weiß ich nicht. Ich meine, du willst dich beruhigen. Hallo, Herr Killer. Aber schön, dass er mich sucht und mich nicht findet. Das ist ja mal ganz toll. Kann mir bitte jemand umbringen. Bitte. Ich bin nicht mehr für dieses Licht im Arm. Ich mag rote Lichter nicht. Vor mir ist einfach mal so direkt hinter mir und ich kann mich nicht beruhigen. Ich will nicht mehr. Sag mal, macht der einen Reaping Angel oder was? Danke. So, jetzt kann ich vielleicht endlich mal die Kategorie ändern. Hm. Kategorie ändern. Äh, nein. Ey, der ist aber auch nicht so böse. Ich meine, der grinst doch. Nein. So, ich weiß nicht. Ich bin jetzt zwar direkt... Oh, nee. Noch nicht. Puh. Kategorie ist zwar immer noch nicht geändert, aber... Ich kämpfe wacker. Ja. Ist er noch bei dir oder ist er weg? Äh, bei mir ist er weg. Er ist hinter mir her. Er kommt gleich. Aber ich hänge mich trotzdem ab, weil ich hänge bei mich. Kommst du gleich einmal. Oh, danke. Digi, lauf. Digi, lauf. Digi, lauf. Du rutsch in die falsche Richtung. Ich dachte, du hängst am Haken. Ja, ich hing hier auch bis eben. Werbeer hat mich befreit. Er war so gnädig. So. Ich habe keinen Herzschlag hier bei mir. Äh, ich habe nur Herzschlag, weil ich noch, äh... mich beruhigen muss. Ich bin noch ein bisschen Out-of-Order. Jetzt. Jetzt habe ich mich endlich mal... abgeregt. Aber Herzschlag habe ich dennoch. Jetzt wird es leiser. Ich mag den Doktor nicht, ne? Jetzt noch mal, der grinst doch immer so voll und glücklich. Der grinst doch immer so voll und glücklich. Taschlag? Hm. Generator. Nein! Na, ist bei mir hier. Ah, er steht hier direkt, wenn er sitzen. Wenn es gut geht, kriege ich den Generator fertig. Hoff mich noch mal. Und ich lauf. Lauf, lauf, lauf. Auflauf, 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 auflauf. Auflauf. Na, ich habe noch hart, aber ich sehe nicht mehr. Oh Gott, dieser Schrei, das nervt. Er ist eigentlich noch mal irgendwann auf, diese Projektion. Man kann, wenn er Stufe 3 hat, kann man ihn sich so raussnappen. Oh Scheiße, er ist ja wirklich hinter mir. So, ich habe vielleicht den nächsten Generator fertig. Ich habe mich vorruhig. Ach, Scheiße, das ist ziemlich cool. Ich meine, es ist ja ein kleiner Fortschritt. Ach, komm schon. War gut gemacht. Ja, der Mist. Ich frage mich jetzt nur, wo ist der nächste Generator. Oh! Okay, da ist der Killer. Ich bin in deiner Nähe. Ich habe gleich den nächsten Generator fertig. Vielleicht kommt er zu mir. Okay, er kommt auch so zu mir. Ich bin gerade bei Digi. Ja, ich versuche ihn mal wegzulocken. Ja, so, Digi ist auf jeden Fall gerettet. Nein, er ist hinter mir. Jetzt geht es darum, den nächsten Generator zu finden. Und hier bin ich auf jeden Fall falsch. Der ist mir dann schockt bei dir da. Er ist noch bei mir. Generator, sehr schön. Okay, jetzt wird er gleich zu mir kommen. Er ist auch bei mir, er ist voll fertig. Ja, mach doch die Palette, du. Ja, komm, jetzt zieh auf die Palette bitte runter. Ich komme in Digis Richtung, glaube ich. Ja, in der Nähe von Digi bin ich auch. Ich bin da hinter dem einen Haus an der Straße. Digi sitzt da und schreit sich ein. Ist so. Digi schreit sich ein zusammen. Ja, jetzt weint er nur noch. Aber das machen wir irgendwie alle. So, ich habe vielleicht den nächsten Ferry. Aus einer Wendigkeit. Aus einer Wendigkeit. Ja, schock mich doch noch mal. Ich mag das. Ja, ja. Die Bank, die Bank, die schützt mich. Da steht doch was, wenn er dich schockt. Oh, Leider, ich habe es gleich. Nein, ich bin nicht. Ich habe es gleich. Ich brauche nicht mal lange. Wer wir, du siehst von der positiven Seite, das ist quasi ein Gratis-Transport. Ja. Vielleicht schaffe ich es raus zum Regen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe es fast. Feuerwerk. Er macht sogar mit. Er steht da vor mir und schockt mich. Jetzt geht er weg. Eventuell. So, jetzt habe ich den nächsten Genaka fertig. Also irgendwie ist in so Nachbarschaft nicht sehr sicher. Nein. Das ist die aus Friday War 13, glaube ich, ne? Er ist wieder hier. Das ist Halloween. Ach, okay. Da hinten ist er. Ich komme zwar in eine Richtung. Nein, lass. Lass. Der steht hier. Ja, ich. Ich kriege einfach. Ich kriege mal weg. Ja, der sitzt hier und wartet, dass der Haken frei wird. Ah, okay. Ich muss am besten vielleicht die Luke suchen, weil wir... Oh, ja, Luke suchen. Oh, ja, wo ist er denn? Hm. Wo findet man die denn? Ja. Oh, ja. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Ich drück die da hin. Komm schon, du schaffst da. Luke suchen, Luke suchen. Meistens schaffst du Glück. Nein. Luke, bist du im Haus? Nein, Luke ist nicht im Haus. Ich in diesem Haus. Komm mit mir ins Abend. Wo ist Luke, wo ist Luke, wo ist Luke, wo ist Luke? Hier ist keine Luke. Ach, Leute, wo ist denn hier eine Luke? Hat irgendjemand eine Luke gesehen? Ich suche Luke. Luke, die Luke. Alles klar, Nils. Mach's gut. Ja, finde die Bodenluke. Ihr wollt mich doch verkohlen. Wo ist denn die Bodenluke? Komm, hör auf. Hör auf, mich zu verfolgen. Egal, wo du bist. Wo ist denn hier eine Bodenluke? Wo ist hier die Bodenluke? 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 Keine Bodenluke. Ah, hallo, Herr Killer. Überdeck mit der Bodenluke. Da hier. Hörst du mich zur Bodenluke vielleicht, eventuell? Wärst du sofort? Nein, okay. So ein Vorteil, solche... Nachdichtaugen zu haben. So mit Scheinwerfer und so. Blink, blink. Blink, blink. Ich stelle es mir so doof, wenn du in Kameras guckst vor. Hast du immer so einen roten Schein so aus den Augen. Blink, blink. 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 Untertitelung des ZDF, 2020